Heute Mittag, 13 Uhr, geht die nächste, die elfte Folge unseres Podcasts Hörspaziergänge online. Wir treffen uns hier am Schillerplatz, gehen die Luh runter zum Gutenbergplatz und über die alte Universität, den Tritonplatz und die Insel zurück zum Schillerplatz. Dabei geht es um Napoleon, es geht um die große Zeit der Kaufhäuser, ums Theater, um in Beton gegossenes Grauen und um ein paar skandalöse nackte Brüste. Viel Spaß beim Zuhören.